Und damit willkommen zu Vampire Survivors. Das Spiel habe ich schon länger an meiner Liste. Es wird Zeit, dass ich mir das mal anschaue. Ich habe es schon öfter mal gesehen, aber noch nicht selber gespielt. Character Selection, aber ich darf mir noch gar nichts aussuchen. Das bringt ja total viel. Ich finde, wir können das Spiel ein bisschen lauter machen. Ah, was sagt der Ausschlag? Jetzt bestimmt total E-Rape. Okay, wir können nur zur Seite hin angreifen. Das ist ein bisschen nervig. Äh, King-Bible? Wollen wir eine Bibel oder wollen wir das Wasser? Okay, weil das ist ziemlich random, glaube ich. Also ich kann mich aber auch eigentlich nur bewegen. Das ist ja so ein halber Eidler, aber man bewegt sich halt. So, die Bibel. Aber ich finde, das Spiel gerade doch ein bisschen laut. Wow, das ist ziemlich lame. Also, ich denke, wir sehen uns immaß als Oh, das ist schön. Ich bin dann aber auch super. Das Geradeurch, wie ich glaube, war nicht losiber meteorologisch. Wir sehen uns da, bis jetzt smash Liste. Aber nach Seiten. Am Priorhin! Das besteht schon. So, was macht diese blaue Federmoster, bitte? Ah, okay, die hat Loot. Okay, 159 Gold, was auch immer mir das bringt, und Level 2 von dem Wasser. Wir nehmen mal die Axt und wir kriegen direkt noch ein Level ab. Wir nehmen mal die Axt und wir nehmen mal die Axt. Oh, es wird immer mehr. Aber da kann man gerade gut Kills machen. Und dann sind wir schon wieder tot. Direkt erstmal zwei Achievements für eine Minute überleben und fünf Level erreichen. So, was können wir jetzt machen? Das sieht irgendwie nicht nach so mega viel aus, was wir hier tun können. Bis zum nächsten Mal. 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 so erstes level ab wir nehmen den zauberstab aber wir gerade festgestellt haben dass moment der hinterlassen dann aber keine doch hinterlassen auch dann erfahrungen ist es weniger so entschuldigung aber mit der hand am controller kann ich leider nicht die mute taste betätigen komm du musst sterben die musik kommt mir irgendwie bekannt vor jetzt machen wir sogar die peitsche in beide richtungen sehr nice so wir haben dass das wasser war schlimm die bibel war auch nicht besonders gut wie man den spiel hat bei popeye funktioniert das doch auch immer so base damage da hat so viel erfahrung wir brauchen sie okay löst sich das hier auf oder kann ich mir zeit lassen um die zu holen so es ist nicht dass du halt mich doch bestimmt oder ja sehr schön flügel bitte da hat jemand blut den will ich unbedingt haben so zauberstab cooldown also es ist schon vom design her schon irgendwie für leute die die glänzende farben mögen ne so lootbox mäßig aber halt ohne dass es ohne dass es schlechte geschäftspraktiken stützt so base area ja das wäre sehr gut so die geister haben ich hätte gedacht dass die vielleicht gegen dass sie vielleicht magische angriffe brauchen so 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 base damage bringt uns nicht so viel wie konnten ich frag jetzt wie viel damage macht meine meine feitsche moment wir machen halt all damage das sieht aus als wollte man uns hier einschließen peitschen upgrade was haben wir bekommen plus fünf damage wir müssen hier ein loch reinkriegen ok die pflanzen unterstützen von alleine wieder ok haben wir jetzt haben wir hyper mode hi creative willkommen im stream ich habe ein spiel was ich kenne wieso überrascht mich das nicht dass du das spiel hast aber ich glaube das stimmt ich glaube ich habe euch sogar auf steven gesehen dass du das hast wir können auch gleich mal die steam integrierte die ihr twitch integration an machen ich dachte gerade schon der kill counter hätte sich bei 999 aufgehängt das wäre ein bisschen weird wenn sie wenn es da schon enden würde so wir machen noch mal gerade ein bisschen leiser also im hauptmenü finde ich kriegt man keinen guten eindruck von der lautstärke des spiels weißt du das spiel funktioniert ich spiele es gerade zum ersten mal deswegen hatte ich vorhin noch mal die die twitch integration ausgelassen aber ich beginne zu verstehen wie es funktioniert ein bisschen dann dann So, da ist wieder einer mit einer Kiste. Die machen jetzt aber auch gut Damage inzwischen. Äh, Peitsche bitte. Das hat halt echt so Vibes von den alten Arcade-Maschinen. Die ich zwar nicht mitbekommen habe, aber so muss das gewesen sein. So, Knife-Upgrade nochmal einprojektiert und Base-Damage erhöht. Lootboxen immer aufbewahren. Wie bewahr ich die auf? Meinst du, dass ich die nicht einsammeln soll? Erstmal, bis ich auf einem höheren Level bin. So ungefähr. Ja, das ergibt wahrscheinlich Sinn, wenn man die ganzen Upgrades hat. Aber ich meine, ich habe jetzt auch nichts, aber ein Upgrade, deswegen brauche ich auch das Geld. Weiß ich nicht, ob ich dir direkt die Meta erklären soll. Na, ich glaube, das finde ich schon selber raus. Aber das ist halt, finde ich, ein gutes Beispiel für eine Strategie, die sich natürlich ergibt. So, dass du am Anfang halt auf die Power verzichtet, die die Lootboxen geben können und die dann später halt richtig gut reinhauen. So, Magic Wand, der müsste dann Maxed sein. Der kommt dann wahrscheinlich ja nicht mehr in den Drops, oder? Wenn der jetzt auf seiner höchsten Stufe ist. Es gibt Upgrades, die du nur über Lootboxen hast, damit kannst du das... Ah, okay. Das ist dann die, äh... Ja gut, dann sind die Upgrades, die man in den Boxen bekommt, natürlich vorher auch irgendwie wasted. Okay, das ist eine OP-Box. Aber sehe ich das richtig? Die Boxen enthalten... Boah, jetzt sogar 5 Drops. Die Boxen enthalten immer nur die Items, die man schon hat, oder? Also die man schon vorher ausgewählt hat. 732... Knife... Passes if we're one more enemy. All Base Damage um 10. Es gibt die Sachen, die du levelstest. Okay, dann macht das ja Sinn, dass man... Okay, man kann sich praktisch sein Build aussuchen über die Level-Ups. Und dann powert man den mit den Lootboxen hoch. Also dieses Spiel ist Dopamin pur, würde ich mal behaupten. Nahrung, dankeschön. Also ich weiß auch, wenn das jetzt gerade der zweite Run... So... Base Damage? Oh, da ist wieder eine Gottesanbeterin. Nahrung, der sch Recall da. So... Ich sehe mich, der Nahrung, der Nahrung. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Einfach direkt 5 neue Achievements. Stimmt, Achievements schmeißt einem das Spiel auch hinterher, aber das, dagegen sage ich nichts. Unlocks Crown. Warte, sind das zusätzliche Power-Ups oder? Nee. Oder? Oder ist das nur für die Collection hier? So, was können wir alles investieren? Wo können wir alles rein investieren? Max Health, Recovery. Recovery klingt durchaus sinnvoll. Area, Cooldown. 5000, aber das klingt sehr OP. Also direkt plus ein Projektil für alles. Luck, Revival. Okay, das ist für Hardmode. Greed. Ich denke, ein Rang kann man auch schon mal investieren. Was ist mit den Charakteren? 10% mehr Damage für alle 10 Level. Sie kann schnell leveln. Aber wir können sie ja schon mal kaufen. So ist das ja nichts. Projektile werden schneller. Und plus ein Projektil ist das nicht im Grunde genommen der beste? Weil der Rest, das cappt ja irgendwann. Ah, okay. Aber hat keinen Standardangriff. Verstehe. Dann probieren wir das mal, dass wir die Lootboxen erst spät einsammeln. Braucht unbedingt irgendwas mit Fläche. So, was haben wir hier? Firewand, Crown. Ja gut, hier haut natürlich ein zusätzliches Projektil auch sehr rein. Je nachdem, welchem Charakter spielt es ganz unterschiedlich, ich sage, freischalten. Okay, es sah nämlich vorhin schon so aus, als würden die Charakter sich so ein bisschen gegenseitig überflüssig machen. Bombard in a Circling Zone. What? Wow. Die Friedenstaube ist ganz schön. Heftig. Genau, der kann, also ich kann die Peitsche bekommen, aber ich starte nicht mit ihr, wenn ich das richtig sehe. Verschwinden die blauen Gegner irgendwann? Oder kann ich mir Zeit lassen, damit die zu töten? Es gibt einen zweiten Vogel, den musst du kombinieren. Okay. Also dann kombinieren die sich praktisch. Also er hier ist offensichtlich der Charakter für Bullet Hell, also wenn man die Gegner in der Bullet Hell haben will. Die Friedenstaube dezimiert hier einfach. So, da ist eine Lootbox. Okay, die Axt ist nicht so geil, wie ich dachte. Oh, jetzt habe ich es. Jetzt hat Gamerbrain übernommen und das Shiny eingesammelt. Duplik. Okay, warte, das klingt gerade sehr bastelt. Aber kann es sein, dass das nicht auf alle Waffen? Oder verteilen sich die zusätzlichen Projektile jetzt gerade random auf meine Waffen? Oh, Mann. So. Peitsche. Was ich gerade auffällig finde, ich habe ja sechs Slots. Dann nochmal die sechs mit dem Punkt drin. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Was ist der Verdoppler? Ja, ich habe den vorhin bekommen. Ich konnte den vorhin in einem Level abfliegen. So. Peitsche in beide Seiten. Also, wenn ich das richtig sehe, sind das sechs Slots für Waffen und sechs Slots für Accessoires. Richtig? Du sagst, Hollow Heart brauche ich für die Peitsche. Ich sehe das Gebiet von der Taube gar nicht mehr. Duplicator. Ja, bitte. Das ist gerade Zweiten Vogel kann ich nicht mehr kriegen, weil die Waffen Slots voll sind. Okay. Also, ich kann auch nicht austauschen, ne? Aber Duplicator jetzt schon auf Max Level fühlt sich schon ein bisschen OP an mit einem Projektilcharakter. Komm, tötet die Gottesanbeterin bitte. Bisschen mehr Damage da langsamer gut. Base Damage für Magic Wand plus vier bis zehn. Das klingt sehr stark. Ja. Das ist schon dann vor allem Sk vậy. Sankt. Also, ich kann dich gut aus. Tta Mara. Tippe ich nicht? Sag mal so. Traend Learning Nein 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 Nein. what ist das? Zig Board покуп contestant. Boah, ich hoffe es gibt später noch was, dass man den Loot in einer größeren Distanz einsammeln kann Also zumindest die Kristalle Das haben wir jetzt bekommen, nochmal ein Projektil mehr Das ist ein Projektil mehr, das ist ein Projektil mehr So, Arme, Piercing, ich glaube Piercing ist ganz gut. So, Arme, Piercing. Flüssiges Projektil, kommen wir nebenan Rüstung noch dazu. So, Arme, Piercing. Okay, der Feuerstab, der könnte das Upgrade definitiv mal brauchen. So, Arme, Piercing. 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 Die Bibel wird noch ordentlich gut. Sag mal so, ich glaube, das hier ist ein Spiel, wo alles irgendwann richtig OP wird. Die Bibel ist super geeignet, um Leute zu schütten. Was gibt's daran auszusetzen? Sicher, dass du nicht im Vatikan arbeitest? Messer ist scheiße und das bleibt auch scheiße. Hm. Okay, der sah jetzt gerade schon nach Ende aus, aber die Skelette sind nicht mega stark. Es endet bei Minute 30, stimmt, es war ein Zeitlimit, ne? Aber das sah schon so aus, als wäre es so eine erste Soft-Kill-Geschichte. Ähm, Base-Area. Oh, die sind alle gut. Aber ich glaube, der Spinat ist im Moment sehr ganz praktisch, einfach generell mehr Schaden zu machen. Komm, ist Vampire Survivors nicht auch das Spiel, wo Leute extra eine Mod geschrieben haben, weil eine, weil eines der Monster als trans beschrieben wird in seiner Beschreibung? Ich meine mich zu erinnern, dass James Sterling mal was dazu gesagt hat. Weil sie hat ja auch hier die Texte geschrieben. Deswegen meinte ich, hätte sie das mal in... Mal erwähnt. Ich versuche alle Leute christlich zu machen, indem ich mich selbst möglichst unsympathisch mache. Die Struktur als wäre ich gekommen. Und dann gegen Religion hättest du die Leute das Gegenteil tun. Umgekehrte Psychologie durchgespielt, würde ich mal sagen. Die Peitsche nutze ich auch nie, zumindest in-game. Achso, Out-of-Game benutzt du sie aber. Also. Also. So langsam verblüht. So verrichtet sich der Plot hier. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Spiel will mich gerade töten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, hier kommen wir nicht mehr raus. Aber immerhin fast 15 Minuten. Soll ich den mal bezahlen? Nee, lass mich das mal ruhig selber rausfinden. So, was können wir jetzt alles noch upgraden? Mehr Gold. Ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass es im Hauptmenü kein... Kein... Kein Ding, es gibt keine Musik. Movespeed. Luck. So. 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 einen möglichst schnellen Upgrade Boomerang Effekt Was sollen das eigentlich für Viecher sein? Sieht aus wie laufende Bäume Oder hier so Schlammmonster Oh, das hat reingehauen Oh, das ist ja so Schlammmonster Bis zum nächsten Mal. Ich habe diesen Monster nie hinterfragt. Es gibt doch hier so fette Lore. Das kreuzelt glaube ich auch scheiße. Ich hatte gerade nicht so viel Auswahl. Ich meine die andere Auswahl war das Messer und ich glaube der Spinat. Und das Messer hast du gesagt ist auch scheiße. Ich muss ja bedenken du schaltest ja auch manche Sachen erst mit den Achievements frei. Ich weiß also gar nicht ob die guten Sachen überhaupt schon im Lootpool sind für mich. Das kreuz haut Spohn rein wenn es in die richtige Richtung fliegt. Huch. Okay die machen keinen Damage aber die verlangsamen mich. Okay da ist das verlegt aber wir haben noch nicht wirklich die Feuerkraft um uns da durchzukämpfen. Du hast dir gesagt die Bibel ist gut. Oder die wird gut. Ich würde mal wetten dass man das kreuz und die Bibel kombinieren kann. Wenn nicht dann fände ich das seltsam. Ich habe eine Tierlist gefunden. Ja weil Tierlists ja auch die absolute Wahrheit sind. Reduziert Resistenz gegen Knockback das könnte durchaus nützlich sein unter bestimmten Umständen. Ah entdeckte Waffenevolution und Units können wir im Pausemenü uns ansehen. Ah da sehen wir auch Peitsche plus das Herz. Das Kreuz und die Bibel sind nicht zusammen aber die haben jeweils eigene Evolution anscheinend. Also Weil hier habe ich noch keine Loot-einzige Lootbox gesehen. Komm, gib mir die Peitsche. Die zweite Map-Spiel in einem Land, wo Lootboxen verboten sind. Naja, wenn ich mit dem Gedenken, wie gesagt, da James Sterling die Sachen geschrieben hat, würde mich, überrascht mich das überhaupt nicht, wenn das so ist. Aber hat es dann überhaupt einen Sinn, hier zu grinden? Also außer für Achievements. Es gibt Lootboxen auch auf der Map. Dann habe ich bis jetzt aber noch keinen Gegner gesehen, der sie gedroppt hat. So, Peitsche in beide Richtungen. Ah, er hat eine. Eantwinden Entschuldigung. Theater G leer Deine 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 hoch und warte ist eine waffe oder ist das hier sagt es ist eine waffe ist es aber es okay ist noch das mal ich kann es nehmen irgendwas hat mir gerade gesundheit abgezogen aber ich bin mir nicht sicher was hat die karte eigentlich ein ende oder ist die einfach unbegrenzt lang oder lupt die das kann natürlich auch sein okay was war nur ein achievement das bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuschend so macht es einen unterschied auf welches stage ich gehe und okay worauf zieht es du bitte lightning ring knopf lancet und tracer Ah, okay, das ist die Waffe, die ich jetzt habe. Das ist die Waffe, die ich jetzt habe. So, Peitsche, Feuerstab, Kreuz, Messer, also eins von den beiden würde ich ja sagen. So, ich glaube, das könnte ganz schön sein. Das könnte ganz gut sein. So, ich glaube, das könnte ganz schön sein. So, ich glaube, das könnte ganz schön sein. So, give me the XP. So, was kombiniert sich denn die Krone? Ich sehe nicht, dass ich der Rune Tracer mit irgendwas kombinieren würde. So. 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 Integration machen. Lightning Ring Level 2. Movement Speed ist auch praktisch. Was ist das genau? Switch-Integration. Dann kann der Chat entscheiden, was ich nehme. Die Flügel sehe ich jetzt aber gerade auch keine Evolution. Stimmt, Koop gibt es, da habe ich was von gehört. Duplicator klingt sehr gut. Genau, direkt zwei Projektile für, äh, ja, das Flügel ist ziemlich Bastard am Anfang, oder? Direkt doppelte Projektile für alle Waffen. Also zumindest für die Waffen, die nur mit einem Projektil starten, das sind ja anscheinend die meisten. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ah, du Scheiße. Ah, du Scheiße. So schnell wie möglich den Blitzring maxen, okay. Na gut, wenn der gut Feuerrate hat und auch genug Ziele trifft, dann kriiert er dir wahrscheinlich gut den Screen. Okay. 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 Okay, irgendwas hat mich gerade geheilt. Okay. 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 So, wir müssen unbedingt leveln. Es gibt ein Monster im Spiel, das irgendwie kein Geschlecht hat oder sowas. Ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall haben Leute das raus gemoddet. Oder zumindest die Beschreibung raus gemoddet. Also, wir müssen noch einfach auf jeden Fall daran fragen, aber ich fange meine Geschlecht. So, Base Damage für die Peitsche. Aber ich, sagen wir mal so, ich bereue nicht, dass ich dieses Spiel für heute gewählt habe. Ich hatte nämlich ursprünglich Serkiroben überlegt, das anzufangen, aber ich weiß nicht, ob das so gut geeignet ist für diese Art von Streamen. Und dann kommt noch dazu, dass ich heute mit Kopfschmerzen aufgewacht bin und dann dachte ich mir vielleicht nicht unbedingt ein FromSoft-Spiel. Okay, das ist ne super Bastard-Kiste gerade. Ein Projektil für den Lightning Ring, Base Area bei 100%, Base Damage plus 10 und dann noch den Feuerstab. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal. Okay, wir müssen jetzt einfach mal den Damage tanken, weil sonst überleben wir das hier nicht. Und ich glaube, die Lootboxen hole ich auch lieber jetzt, weil sonst hole ich sie nie. Wow. So. Du sagtest, die Bibel würde gut. Machen so heilige Items wie die Bibel eigentlich auch Bonus-Damage gegen Untote? Weil es ist ja normalerweise so das Ding von so Items. Ich meine, gut, hier wird wahrscheinlich alles oder fast alles Untot sein in irgendeiner Form. Ich meine, das heißt ja Vampire Survivors, aber ich meine, die Pflanzen oder die Gottesanbeterin da. Rune Tracer. Rune Tracer. Rune Tracer. Nochmal. Permanente Bibel wäre nice. Ja. What? Wie viel XP habe ich denn gerade besser aufgesammelt? Einfach vier Level-Ups auf einmal? Du hast einen roten Gestalt gesehen, aber ich habe doch schon ein paar von denen gehabt. Ich kann mich nicht hin, dass die so viel XP gegeben haben, vor allem so spät im Spiel. Hier ist es unterschiedlich viel drin. Oh! Wie bringst du den Gäste an? und das war's fehlt mir jetzt nicht noch ein achievement mit dem einen dude habe ich doch vorhin keins bekommen so wir gehen aber in die option dann wollen wir einmal den den twitch handle machen hallo so twitch mode enabled was können wir als power ups machen und bessere recovery glück wäre gut oh 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 ok ok komm wir probieren ihn mal aus oh nico können wir nicht oh dann nehmen wir ihn so ich darf jetzt nicht wählen ok und wenn wenn twitch nicht wählt dann wird random gewählt aber das ist schon cool irgendwie dann muss man ja wirklich lernen mit dem umzugehen was man hat ok twitch darf ich jetzt auch was aussuchen ich hoffe nur dass halt diese das hier dass die zusätzlichen items gespawnt werden dass das nicht das spiel zu sehr unbalanced aber jetzt ja jetzt Boah, die sind alle gut. Ah, okay, das sind Gegner, die kommen. Also jetzt ist Twitch-Integration an. Wie werden die Items für dich... Wenn die Wahl kommt, dann wird jedem eine Zahl angezeigt, die du in den Chat schreibst und jetzt kannst du gerade Gegner aussuchen mit A, B oder C. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Gerade das Upgrade für die Rüstung, ne, ich glaub die war schon noch zwei. Okay, cool. Aber was Gravity Juggle gerade gebracht hat, weiß ich auch nicht. Ich würde ja deine Itemwahl kritisieren, aber es ist eher deine Itemwahl. Komm, gib mir die Lootbox. Vielleicht bringt Light Sources eigentlich irgendwas. Ich meine, wenn es Level gibt, die dunkel sind, dann würde es bestimmt was bringen. Aber hier ist es ja irgendwie ein bisschen useless. Oh, Duplicator bitte. Im Light Sources kann auch Heilung drin sein. Okay. Ja, vorhin habe ich das gesehen einmal, das stimmt. Nee, es nimmt die, also ich denke mal, es nimmt, macht praktisch, es zählt. Wie viele Leute es in den Chat schreiben. Nicht, also... Ne gute Art, um Twitch-Nachrichten zu fü- äh, Aktivität zu farmen. Goldfieber, okay, what? Willst du aus dem Itemwahl raushalten? Nein. Nein. Kein Gatekeeping hier. Wer 때는 nicht so, was du aus? 早 sicher. Dann haben ja. Bis zum nächsten Mal. oga Tri Ans Knowledge. Abs 투 Parade. Lackboost, uh. Ist der dauerhaft? Ich bräuchte mal langsam wieder ein paar Lootboxen. Ich bräuchte mal langsam wieder ein paar Lootboxen. Okay, ein Kleeblatt. So, was können wir jetzt kaufen? Aber das Ding ist, hier macht selbst verlieren Spaß. Das ist schon irgendwie sehr cool. Komm, Greed. Vor allem, wir können auch noch jederzeit Power-Ups refunden. Sehr nice. War hier irgendwas, was nicht so gut ist? Ich glaube, Might bringt mir noch nicht so viel, oder? So. Ich wollte auch mal den neuen Charakter ausprobieren. Wer nehmen wir? Ich glaube, ihr fehlt uns noch ein Achievement. Okay, ich bin ganz sicher. Ich will gerade wissen, was Was steckt sich mit Ach, das hat sogar zwei Seiten Ich sehe gerade nicht, was ich mit dem Zauberstab Kombinieren kann Ich sehe gerade nicht, was ich mit dem Zauberstab Komm, gib mir die Lootbox Auf das, wie sie später öffnen können Ich sehe gerade nicht, was ich mit dem Zauberstab Oh, bitte die Eins Ich bräuchte mal langsam mal was mit Flächenschaden Ach, ich kann direkt den Fledermäuse reinlaufen mit dem Knoblauch Ach, wie cool Hättest du mir vielleicht mal früher sagen können Ich hatte den Galek ja schon im letzten Run Ich frag mich halt, ob Leute mehrmals abstimmen können Ich bin ja schon im Zauberstab Ich bin ja schon im Zauberstab Untertitelung des ZDF, 2020 So, eins. Warte, one-hitte ich damit auch? Okay, die besonderen Fehlermäuse one-hitte ich damit noch nicht. Boah, die sind alle scheiße. Na gut, der Firewand ist ganz okay, aber ich fand das Centerwater fand ich bis jetzt nicht gut. Wir haben auch schon, kann ich jetzt einfach reinlaufen? Ja, wollte ich vorher noch machen. Uh, ein roter Kristall. Okay. 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 Einmal heilen. Ja, ich glaube nicht, das hat etwas mit Autismus zu tun hat, wenn man sich auf Sachen verlässt, die man kennt und wo du weißt, was sie tun. Oh, hier sind einige gute, vielleicht ist hier von alles gut. Kann ich? Okay, ich kann meine Upgrades sehen. Schaffen wir damit mal einen vollen Run? Was meint ihr? Das ist eine Taktik. Ja eben, es ist eine Taktik immer die gleichen Dinge zu tun. Außer man tut immer die gleichen Dinge, obwohl sie nicht funktionieren. Das ist Wahnsinn. Das Ding da unten? Welches Ding? Das Ding links? Welches Ding links? Ja. 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 Warte, da ist ein roter Kristall. Oh, das ist so Bastet gerade. Aber ich darf nicht zu wierig werden. Und zu lange mit den Lootboxen warten. Oh ja, das wäre jetzt sowas von nice. Komm, gib mir Fire Breathing. Das wird so eine XP fahren jetzt. Okay, ich glaube, da ist jemand gefollowed. Ich weiß nicht, was gerade den Sound alert ausgelöst hat. Zählen die auch als Federmäuse? Also ist gar nicht gut gegen die. Ja, ich weiß nicht. Oh, hier bin ich gerade ein bisschen... Okay, ich glaube, es wird Zeit für Lootboxen. Stimmt, hier liegen noch über die Chicken Wings. Noch von ganz am Anfang. Attract Orb Upgrade, okay. Okay. Ich dachte, es gibt heute wieder X5-Content. Nein, ich bin mit dem Hauptspiel durch. Erstmal muss die Review gemacht werden. Ich bin jetzt fast mit dem Skript fertig. Aber dann trifft es mich doch ganz gut, dass ich heute auch nicht so lange streame. Ich habe ja zwischendurch sogar überlegt, ob ich einen Anno 2205 nochmal anfange. Aber das dann setze ich wirklich bis heute Abend hier, glaube ich, wenn ich damit einmal anfange. Oh, okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will aber 22.05 nochmal spielen, weil ich das damals nicht mit den DLCs gespielt hatte oder nur mit einem und ich will es halt nochmal mit dem kompletten DLC-Pack spielen Weil mein Charakter kriegt mehr Erfahrung, ne? Das erklärt natürlich auch, warum ich so schnell level Da sind noch die beiden Erweiterungen von, äh, ist so zu spielen Ja, also von Erbe der Könige, wir nennen es nicht S5 Aber die Erweiterungen kriegen, wenn, an eigene Videos Weil mein Skript ist, glaube ich, jetzt schon fast 30 Seiten lang Das Video dürfte dann über eine Stunde lang werden Oh, Lightning Wing Upgrade Ich freue mich auch auf die Video Das könnte meine neue Höchstleistung werden Videotechnisch Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich das längste gescriptete Video, was ich je gemacht habe Also eine Stunde ist jetzt mal sehr konservativ geschätzt Meine Reviews zu The Fallen und Elite Force waren ja so 45 Minuten lang Und die hatten 14 Seiten Bringt mir das jetzt überhaupt was? Weil ich habe ja schon 6 Waffen Okay Das bringt mir nichts, wenn ich das richtig sehe Er müsste ja eine austauschen Ne, wir kriegen die zusätzlich Okay, das ist Warum sollte ich die dann nicht nehmen? Komm, töte bitte die Gottesanbieterin Ich glaube, die haben immer sehr guten Blut Ich glaube, das ist Ich glaube, wir können es uns nicht mehr leisten, Rootboxen liegen zu lassen. Ich glaube, wir können es uns nicht mehr leisten, aber wir können es uns nicht mehr leisten. Ich glaube, wir können es uns nicht mehr leisten, aber wir können es uns nicht mehr leisten. Okay, was hat das? Was kriegen wir jetzt dafür? Ein Projektil und Base Area um 20 Prozent. Oh, eine Super-Lootbox mit drei direkt. Zweimal Peitsche und einmal Garlick. Base Damage um 20, Base Damage um 1. Ein Projektil für die Peitsche und Base Damage um 5 für die Peitsche. Okay. 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 Ich habe jetzt nicht gesehen, was die restlichen Upgrades waren. Okay. 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 gut. So, warte. Wie entdecke ich die zusätzlichen Stages? Okay. 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 Ich bin einfach als Papyrus. Ich bin einfach als Papyrus. alle 20 Level plus ein Projektil für alles. Ja, das klingt sehr stark. Okay. Das hat jetzt nicht einen Moment gedauert, bis es gewirkt hat. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Uh, Attract Orb wäre nice. Aber die sind alle nice. Bis zum nächsten Mal. Uh, Rune Tracer und Bone sind beide verlockend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nee, das war die Peitsch, die mit Hollowheart sich kombiniert hat, ne? Womit kombiniert sich die Axt mit dem, okay, mit dem Kerzenfeuchter? Ich möchte wenigstens mal einen Run. Okay, Pat heilt mich einfach. Jetzt müssen wir mal einen Run komplett hinkriegen, also alle 30 Minuten. Hm. Oh, Glück. Ist das dauerhaft? Bitte sei dauerhaft. Oh. Boah, wir müssen die Gottesanbeteren töten. Wir müssen die Gottesanbeteren töten. Ja, Damage könnte gut sein. Oh, free passive. Okay. 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 Auch alles gut. Auch alles gut. Und da ist eine potenzielle Lootbox. 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 Jetzt ist der Punkt, wo wir die Lootboxen brauchen. Und da ist eine potenzielle Lootbox. Und da ist eine potenzielle Lootbox. Und da ist eine potenzielle Lootbox. Oh. Ich will schon sagen, die ist so bombastisch. Wir kriegen so direkt 5 Items. Und da ist eine potenzielle Lootbox. 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 Dann ist eine potenzielle Lootbox. Und da ist eine potenzielle Lootbox. Ich glaube wir sind wieder, wieder vor der Kurve. Wir haben jetzt eigentlich schon Level 20, weil wir müssten ja schon ein zusätzliches Projektil für alle Waffen haben. Recovery, sehr gut. Glück haben wir doch schon plus 130 Prozent. Einfach drei Lootboxen gerade hier draußen. Einfach drei Lootboxen. Base Damage. Zwei HP pro Sekunde mehr. Dafür ist die Upgrades davor immer 0,2 waren. Holy Water. Drei Sekunden und zehn Base Damage. Jetzt ist es einfach komplett random was gearbeitet wird. Ja, aber es ist eigentlich egal. Ich glaube der Bild ist eh vollständig. Drei. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Komm, Greed maxen wir. Und dann... Ah, Magnet. Growth ist ziemlich teuer für 3%. Komm, Area. So, er hat direkt das Holy Water zum Start. Ich hoffe nur, dass es... Oh. Okay, er hat einfach direkt absurde Area. Ich wollte schon sagen, sonst wird es schwer, damit Kills zu kriegen. Oh, jetzt müsste aber die Peitsche doch eigentlich Bastard sein mit der Range. Super, die Größe bringt total viel. Oh, das ist ja. Okay. Und dann. Und dann. Okay. Und dann. So, Rune Tracer müsste aber davon gut profitieren, oder? Dass dessen Hitbox auch in die Breite geht. So, Lootbox lassen wir liegen. Kann ich den Kristall trotzdem an mich nehmen? Ja. Oh, bitte die drei, bitte die drei. Natürlich nimmt er jetzt die Bibel. Ist die Bibel überhaupt mit der Reichweite? Weil ihr Bereich scheint ja nicht größer zu werden, sondern der Radius, in dem sie sich bewegt. Okay, jetzt ist meine Reichweite auch weg. Ja, super. Okay, jetzt ist es wirklich nur so ein Startbonus, damit diese Waffe überhaupt am Anfang überhaupt irgendwas töten kann. Ja. Ja. Da geht's, okay. rain Ja. Baier! Einhaftig haben wir, willkommen zum Streep. Oh, jetzt haben wir aber kein Garlic. Oh, Centerwater, Leitnigen wieder. Alle gut. Alle gut. Alle gut. Auch wieder einige sehr gute Möglichkeiten, wenn ich das so sehe. Luck. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Uh. oddly. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist alles! Da liegt ein Item! So, die Gottesarmee drindeck mal gekillt! Das ist alles! Der Tractor wäre jetzt aber auch hilfreich! Danke, Chat! So richtig begeistert war ich jetzt von dem Charakter noch nicht! Was gibt's denn hier noch alles? Gibt's irgendwas, was wir jetzt schon... Irgendwas charakterbezogenes? So, 21 Level, ein Projektil... Also im Grunde genommen ist ja er hier ab Level 20 eine bessere Version von ihm hier! Bis zum nächsten Mal! Wenn die Axt jetzt noch wenigstens gut Piercing hätte, wär's gut! So... 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 Aber ich glaube, wir sind noch weiter von entfernt, dass wir eine Evo kriegen. Ich glaube, wir sind noch weiter. Alle brauchen definitiv mehr XP. Also ich glaube, das muss unser nächstes Upgrade sein, der wird längere Runs machen wollen. Oder irgendwie mehr Damage. Wenn ich Spinny Streams als Verhaltenstherapie anerkannt bekommen kann, dann kann ich meinen Arzt auch von der Arbeit freistellen. Oh, das wär's. Oh, das wär's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm Zusätzliches Projektil für den Knochen wäre auch so nice So Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist mir noch ein bisschen zu ruhig hier, Lightning Ring wäre gut So, die Gottesanbeterin sollten wir töten So, die Gottesanbeterin sollten wir töten Die spawnen Gegner eigentlich auch mal Ich habe das Gefühl, manchmal verschwinden die Gegner mit den Lootboxen Leute Ihr könnt doch nicht einfach Einen Duplikator liegen lassen Und Man kann das wirklich durchvoten, ja. Das Spiel hat Twitch-Integration. Deswegen darf ich ja im Moment nicht selber auswählen. Oh, Base-Damage bei der Axt wäre praktisch, aber Waffen-Cool-Down auch. Und stattdessen nehmen wir die Peitsche. Leute, ah. Und stattdessen nehmen wir die Peitsche. Ich muss zumindest schon mal in beide Richtungen gleichzeitig schlagen können. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber ich denke mal, so ab 12 Minuten werde ich es müssen. Bad Swarm bitte. Das ist Free XP in meinem Fall. Duplikator bitte. Die zwei. Oh Gott, bless. So, bloß ein Projekt hier für alle Waffen. Oh, das war jetzt nicht gut. Und ich habe die Lootboxen nicht benutzt. Weißt, wir haben auch fast kein Geld bekommen. Können wir irgendwas schon mal hier? Damage inflicted. Also, bis zum nächsten Mal. Oh, Rune Tracer, Lightning Ring sind alle gut. Bis auf das Messer. Oh, Rune Tracer. Ja, schieß mal überall hin, nur nicht da, wo Gegner sind. Ja, die Votes für Waffen sind ziemlich von der Latenz abhängig, weil der Timer sehr kurz ist und ich kann ihn leider auch nicht höher stellen. Macht Shootings da auch Damage gegen Gegner, weil dann könnte man es wenigstens auch ausnutzen. Zwei. So, Strategie für den Moment ist, ab Minute 10 alle Lootboxen öffnen, die wir bis dahin haben. Oh, Rune Tracer. Äh, die Peitsche, bitte. Wow. Das ist das Teil, was wir in der Bibliothek gesehen haben. Okay, weil das Ding ist, waren wir auch nicht so schlecht. Wenn es in die richtige Richtung zielt. So. 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 Nein, hier sind alle gut. Hier sind alle gut. Hier sind alle gut. Hier sind wir einfach noch nicht so gut an diesem Punkt im Spiel, einfach weil wir noch nicht bis Level 20 kommen. Das ist mir noch nicht zuverlässig und vorher bringt sein Passive halt nichts. Machen wir Gegner, die eingefroren sind, Schaden? Wir müssen gleich mal den Gegner testen. Okay, ja, wir können Gegner, die eingefroren sind. Okay, das ist tatsächlich potenziell ziemlich nice. Dann kann uns nämlich diese Lanze gut Wege aus Gegnermassen raus ermöglichen. Okay. 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 Wir machen hier voll einen auf Jesus. Wir gehen auf das Kreuz. Ach, die Kerzenöchter waren Minen. Stimmt. Let's ret Ret 아까 den Auswertung. Well, Sie können wir den Auswertungen nehmen, und auf geht's não. Bis zum nächsten Mal. Goldrausch, hier ist ein Gegner mit einer Lootbox, oder zumindest mit irgendeinem guten Item. Aber sieht aus, als werden es nur zwei Lootboxen vor den zehn Minuten. Lightning Ring. Lightning Ring. Goldrausch, hier ist ein Gegner mit einer Lootboxen. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht wirklich den Bild, um Goldfever richtig nutzen zu können. Goldrausch, hier ist ein Gegner mit einer Lootboxen. Wirklich gut sind die alle nicht. Ich habe auch eine Lootbox, die direkt mehr Gold bringt. Also eigentlich gab ich Lootboxen, glaube ich, noch nicht liegen lassen, weil ich brauche das Gold. Goldrausch, hier ist ein Gegner mit einer Lootboxen. Goldrausch, hier ist ein Gegner mit einer Lootboxen. Zwei. Goldrausch, hier ist ein Gegner mit einer Lootboxen. So, jetzt geht es rund. Tun die Blumen mir weh? Nein. Nein. Ich brauch die Luftbox Ich brauch die Luftbox Ich brauch die Luftbox So, was haben wir bekommen? Base Damage vom Kreuz plus 10 Cooldown für die Land- Oh, ja, sehr gut Und Base Area um 10% Ascend Ich brauch die Luftbox So, wir hatten noch vorhin einen Gegner mit einer Lootbox Wo ist der hin? Okay, sehr gut Und regt noch ein Level-Up Room Tracer, bitte Wobei in HP-Regeneration zu skillen auch langsamer gut wäre Und noch ein Level-Up Leute Also diese roten Griffe sind manchmal ziemlich ein Game-Changer Vier Level-Ups auf einmal? Ja! Musik Spätestens ab jetzt habe ich sensorischen Overload. Es ist schon ziemlich viel hier, was los ist. Okay, kann es sein, dass die Lanze keine zusätzlichen Projektile bekommt? Ich glaube, es wäre auch ziemlich busted, wenn es so wäre. Okay. 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 Äh, die zwei wäre glaube ich ganz gut. Und das ist ein zuhörtiges Projektil, Runetracer bitte. Also da wird ein bisschen viel hier. Und das ist ein zuhörtiges Projektil. Äh, zwei oder drei, aber zwei wäre gerade ziemlich gut, wenn ich so wenig HP habe. Ja, das hat ja total viel gemacht. Ich meine, wir haben Level 24 zwar erreicht, aber ich glaube so viel bringt uns der Charakter noch nicht. Das hier bringt nicht viel im Vergleich zu den Upgrades. Chance to get lucky. Ähm, Armor und Might. Aber das hier holen wir uns dann glaube ich. Ja, wobei jetzt die zwei Ränge zu haben ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ähm. Wir können noch nichts Neues holen an Charakteren. Das heißt, wir gehen mal auf. Ja, wir gehen ja auf Damage. Ich will einen Run mal komplett schaffen, bitte. Rune Tracer. Dich. Töne Tracer. Dich. 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 Ah, die sind alle gut. Oh, die sind alle gut. Ja, das hat genau, Hollowheart interagiert mit der Peitsche. Alles gut. Vor allem, ich muss Garlick auch einmal auf Stufe 7 kriegen für ein Achievement anscheinend. Das habe ich vorhin gesehen, um den Charakter freizuschalten. Oh, die sind alle gut. Oh, die sind auch noch ein gutes. Die sehen alle gut aus. Oh, die sind alle gut. Oh, die sind alle gut. Ähm, Lightning Ring wäre gut. Lootbox. Hoffe ich zumindest. Oh, die sind alle gut. Lightning Ring. Oder Bearwood Peitsche wäre auch gut. Oh, die sind alle gut. Duplicator bitte. Dann ist der nämlich schon mal voll. Das ist auch alles gut. Oh, die sind alle 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 gut. So, Geld. Peitsche, denke ich mal. Was der OST so boring ist. Ja, ich glaube aber, das liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass wir immer das gleiche Level spielen. So, die Gottesanbeterin. Luckboost wäre sehr nice. Warte, könnt ihr mehrfach voten? Oh, die sind alle gut. 3 Passive? 2 Passive? 2 Passive? 3 Passive? 3 Passive? 4 Passive? Nice, vielleicht kriegen wir sogar mal eine Evo in diesem Run, wenn wir uns auf die Palsche und auf das schwarze Herz konzentrieren. Ah, die könnten aber alle gut sein. Mino Rush, what? Wir hatten schon Mino Rush. Area wäre gut. Fire Breathing, vor allem jetzt haben wir die gleiche Option zur Wahl gestellt. Ah, die Fledermäuser hat noch Damage, ne. Wir sind Free-XP. Heidschirr. 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 The Mount. Heidschirr. But AKEL. Ich würde sagen Batswarm für die 3xp. Falsche. Oder Lightning Ring. Boah, ich bin mal gespannt, ob dieser Chat, also dieser Stream ein Rekord für mich sein wird, von wegen Chat-Interaktion. So, gleich kommt Arme Level 20. Dann kriegen wir nämlich nochmal 10% mehr Damage. Hallo, Hard oder Whip, ist egal. Wir sehen, was die Evolution ist. Da schützt Twitch eher Slammer als gediebene Unterhaltung. Ich glaube, das macht nicht wirklich einen Unterschied vom Algorithmus her. Da Twitch ja nicht wirklich ein Discovery-System hat. Ich meine, hier ist es ja eher die Frage, was macht die Integration? So, checkt ihr die erste Nachricht von der Person mit einer Zahl oder mit einem Buchstaben? Oder nimmst sie nur die letzte? Oder zählt sie einfach wirklich nur stumpf? Ich meine, es muss ja relativ schnell gehen, also... Da ist der Ring-Thing. Da ist der Ring-Thing. Das Ding ist, ich muss nach unten. Äh, Lightning Ring. Oder Whip. Whip haben wir dann voll. Ich will den Loot aber auf jeden Fall nicht liegen lassen. Das ist das Problem. Einmal Rosary, bitte. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Twitch-Integration nicht ein bisschen einstellen kann. Zum Beispiel, dass er vielleicht nach einer bestimmten Anzahl der Votes automatisch weitermacht, zum Beispiel. So, was haben wir jetzt bekommen? Face Damage plus 5 und Speed. Whip. Und die Gegner können durch Hindernisse durchlaufen, aber ich nicht. Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Nochmal der Ring. Schicken Bonanza wäre vielleicht mal gut. Schicken Bonanza wäre vielleicht mal gut. Be nice, triple Hollow Heart oder Rune Tracer Lackboost wäre gut Yo Aber wir haben im Moment nicht genug Knockback, um uns den Weg freimachen zu können Aber wir machen gerade auch einfach nicht mehr genug Damage Das ist entweder ein Looptimap oder es kommen gerade sehr viele Gegner mit Lootboxen Aber Fire Wand auf Level 4 und Ring auf Level 4 Das heißt, wir müssten jetzt zwei neue Charaktere freigeschaltet haben Weapon Cooldown is reduced Und permanent 30% Oh Was können wir denn alles noch nehmen? Ist alles nicht so Extrem geil Ich meine Armor kann man mal nehmen Und dann probieren wir sie mal aus Das streamst aber nicht gerade von der Playstation 1, oder wieso? Ich meine es gibt es ja teilweise noch, dass so Indies, so als Gag Ihre Spiele dann auch noch irgendwie für PS1 oder NES Ich weiß nicht, was war das nochmal? Irgendeins war ein Steam-Spiel aus den letzten Jahren Ich weiß nicht mehr, wie es hieß Aber du konntest es auch auf dem NES oder SNES spielen Also wir haben auch extra Cartridges produziert und so Leute, Santa Water Ich habe extra den Area Buff Rosary bringt hier nicht so viel Rosary müsst ihr machen, wenn ich umgezingelt bin Erhöht Lack auch die Anzahl der Gegner mit Superloot Ich weiß nicht mehr, wie es hieß Ich weiß nicht mehr, wie es hieß Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Centerwater Luck Boost Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Switch das hier zu unbalanced Also mit diesen Auswahlsachen Ich meine, Luck Boost ist zwar durchaus hilfreich, aber dafür kannst du dir auch nicht selber entscheiden, was für Sachen du wählst Ich darf nur einmal dieselbe nachschreiben Kann sein, dass vielleicht die Spam-Einstellung ist und Flami als VIP nicht davon betroffen ist Die Spam-Einstellung des ZDF für funk, 2017 Die Spam-Einstellung des ZDF für funk, 2017 Die Spam-Einstellung des ZDF für funk, 2017 Lightning Ring Immer diese VIPs, nee, es gibt nur einen hier Die Spam-Einstellung Die Spam-Einstellung des ZDF für funk, 2017 Die Spam-Einstellung des ZDF für funk, 2017 Whip könnte gut sein, weil wir sowieso schon Area Damage haben. Ooh, Sansa Water oder Lightning Ring. Wo ist der eine Gegner mit dem Loot? Ist der schon wieder weg? Das ist der schon wieder weg. Ok, der hat den hier getroppt. Axt wäre ganz gut. Die hat uns beim letzten Run ja wirklich gefehlt. Die hat uns beim nächsten Mal. Ja, alles gute Möglichkeiten, die wir haben. Die hat uns beim nächsten Mal. Komm, ihn müssen wir töten. Die hat uns beim nächsten Mal. Leute, Lack müsst ihr hier bei den Twitch-Selections nehmen, aber nicht bei dem Passive, weil das nur 10%. Kann man das nicht stacken? Ja doch. Aber wenn dann die Wahl ist, ein Waffen-Upgrade stattdessen zu haben. Meine Waffen-Upgrades heißen mehr Killed und das wiederum heißt mehr XP und das heißt wiederum mehr Upgrades. Und wir hatten ja auch schon einmal den Twitch-Drop, deswegen hatten wir ja schon 50% mehr Glück als sonst. Free Passive, würde ich mal sagen. Und wir hatten die Waffen-Upgrade stattdessen. ножoths-Drop, also war's. Ich Native-Upgrade stattdessen. Und wir hatten die Waffen-Upgrade stattdessen. Und wir hatten das wiederum. Die sind die Waffen-Upgrade stattdessen. Und wir hatten einen Unterschied nach. Und wir hatten die Waffen-Upgrade stattdessen. Was haben wir hier? Projectile Speed. Da ist noch ein Gegner mit einem potenziellen Drop. Nochmal Free Passive. Lightning Ring, bitte. Fledermäuse haben auch verdammt große Flügel, falls ihr euch so wieso normalerweise haben doch Fledermäuse auch recht. Ist doch auch mehr Flügel als alles andere. Mehr Experience. Lightning Ring. Lightning Ring wissen wir nicht, womit es sich stackt. Okay. Und was kriegen wir? Ein extra Projektil. Ah, 10 Base Damage und längerer Effekt. Das könnte gut reinhauen. Komm, sei was Gutes. Base Area und ein zusätzliches Projektil. Oh, nochmal Center Water, bitte. Nochmal 10 Base Damage, dann müsste das auf 30 gehen. Ich habe aber irgendwie nicht das Gefühl, dass der Bereich viel größer wird. Free Passive? Free Passive? Was haben wir denn da? Oh, gleich gar nichts mehr, wenn das so weitergeht. Ich glaube, es ist jetzt eh egal, was ihr wählt. Ich glaube, es ist jetzt eh egal, was ihr wählt. Ich glaube, es ist jetzt noch ein Run und Run. Huch, nein. Was macht Blast Processed hier in dem Fall? So, Power Up. Wir gehen auf Speed. So, was machen wir für ein Bild? Ich würde sagen, ich will mal gucken, wie weit wir den hier treiben können. Okay, die sind alle nicht wirklich gut für uns. Aber wir brauchen was mit Heavy Damage, glaube ich. und fahren die schweizere engagement in den Bocksten. Bis zum nächsten Mal. So, Area of Attacks. So, das ist schon plus 50 Area. Und wir wissen ja, wie Kreise wachsen. Wir brauchen unbedingt was mit Area. Das bringt uns alles nichts. So, das ist schon mal. So, das ist schon mal. Ja, super. Nehmen wir mal Magic Wand. Und einfach nur, dass wir irgendwas haben, was wir zielgerichtet einsetzen können. So, das ist schon mal. So, das ist schon mal. Ähm, Garlick, weil wir haben sowieso Area. So, das ist schon mal. So, wie sieht es jetzt aus? So, dann haben wir noch Stufe 4. So, das ist schon mal. So, das ist schon mal. So, das ist schon mal. Okay. So, das ist schon mal. Okay. So, das ist schon mal. 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 Nummer 1. So, langsam wird die Reichweite recht großzügig. Ich frage mich nur, wie alt dieser Knoblauch sein muss, dass er als Massenvernichtungswaffe taucht. Wenn er gut, ja, Untote, aber trotzdem. So, langsam wird die Reichweite. Ich erinnere mich, wie du dieses Spiel noch strategisch spielen kannst. Mit den Infos komme ich klar. Soll ich denn den Schadenstand da merken? Gar nicht. Soll ich machen. High-Area-Scaling. Schaffen wir es noch bis Minute 12, bevor wir die Lootboxen öffnen müssen? So, wie kommen dieses Mal gefühlt mehr Gegner mit Drops? Die Mente ist größer. Da habe ich nicht das Gefühl. Ich meine, es gibt ein Upgrade, was die Gegner schwerer macht, aber ich habe es noch nicht benutzt. Na klar. So will ich das aber jetzt nicht enden lassen. Okay, wir müssen bei Minute 10 wirklich die Lootboxen öffnen. Gibt es noch irgendwas sinnvolles, was wir uns holen können? Eigentlich nur Max-Helf. Komm, wir nehmen nochmal die Library. Na gut. Okay. Okay. Wir sehen uns這個 ja noch nicht. Einen Story. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lone Tracer Das sind weirde Gegner Dann hast du aber Non-Guns noch nicht gespielt Ich habe das Gefühl, das könnte Ich habe das Level gut gewählt, weil Wir hier mehr Sachen haben, wo unsere Eine Waffe abprallen kann Ich habe das Level gut gewählt, weil ich das Level gut gewählt Ich habe das Level gut gewählt Oh, mehr Energie Oh nein, es sind fliegende Coronaviren Hmm Boah, ist das fies. Man wird die ganze Zeit zwischen den Wellen zerquetscht. Axt bringt uns nichts. Komm, wir brauchen irgendwas, was uns den Weg freiräumen kann. Oh, du bist bestimmt ein Gegner mit einer Lootbox. Es zielt halt nicht mal in die Richtung von Gegnern. Au. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für dieses Level. Äh, Centerwater bitte. Alles, was mir irgendwie ein paar Safezones verschafft. Komm, bitte hab. Irgendwie was zu futtern. Ach, der geht in den Uhrzeigersinn. Hab ich gar nicht gemerkt. So, Peitsche. So, Peitsche. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wir brauchen Lootboxen langsamer. Base Area und Base Damage. Das war's für heute. So, ich glaube, jetzt sind wir wieder im Spiel. Duplicator. So, wir nehmen mal das Wasser. So, wir nehmen mal das Wasser. So, langsam müsste der Ring, aber... Ja, der ist schon auf Stufe 5. Deshalb müsste der gut reinhauen. Jetzt, wo ich drin bin, fühlt es sich einfacher an. Aber gut, ich habe jetzt auch die Lootboxen früher geöffnet. So, ich glaube, ich habe die Leutboxen. Komm, Attract Orb. Okay, da ist ein fetter Schnein. Du hast doch bestimmt eine Lootbox. Yo. Cooldown Reduced und... Komm, für die... Okay, ich wollte eigentlich das Hollow Heart haben für die Evolution später. Aber ich glaube, so weit werden wir gar nicht kommen. Okay. 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 Das war's für heute. Zwei rote Kristalle und kein Level-Up. Und dafür hab ich bei anderen irgendwie vier bekommen, direkt auf einmal. Space Damage. Extra Projektil. Aber ich find's echt geil, wie diese Spielschaft, selbst wenn man verliert, man fühlt sich sowas von OP. So, du siehst aus, als würdest du eine Lootbox geben. Ist das ein Löwe? Ein Löwe, der gleichzeitig auch ein Ninja-Stern sein will? Nice. Da spürt man das Dopamin. Der fliegt mit seiner... Ah, okay. Zweimal Peitsche, einmal Ring. So, Base Area 10%. Base Damage und Base Speed vom Rune Tracer. Einzulöse ich das Projektil. Also, wenn wir jetzt nicht Bastet sind. Boah, guckt euch die Reichweite von der Peitsche an. 5.000 Kills. 5.000 Kills. So, Attract Orb. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel zieht schon direkt nach. Waffen-Cooldown. Und was kriegen wir? Evolved. Also jetzt sogar doppelt. Okay. Ah, es hat sich mit dem... Okay, wir haben die Evolution. Das dürfte doch bestimmt ein Achievement gleich geben. Ich hoffe mal, dass das jetzt der Run ist. Base-Area. Mich hier müssen wir töten. Ob die Evolution jetzt immer... Ich glaube, die Evolution ist, wenn du beide Items hast und eins dann voll aufgelevelt hast. So, Level 32, soweit. Also wir haben noch nie so viel gelevelt. Alles gute Pitches, aber ich nehme mal Hollow Heart. Und was? entsprechend viele Level-Ups bekommen haben. Einzüßiges Projektil. Und langsam wird die Area auch ziemlich groß. So, Peitsche ist voll. Mal gespannt, was aus der wird. Oh, ich glaube, von Anke habe ich mal eine Box gehabt. So, Duplikator. Jo, wir sind gerade ziemlich beastet. Jetzt versucht das Spiel uns zu töten. Rune Tracer. Noch ein zulässiges Projektil, bitte. Wir peavlen einfach so schnell jetzt. Ja, ich habe das Gefühl, das Spiel skaliert gut nach, wenn man vor der Kurve ist. Aber sollte es eigentlich auch. Bloody Tier. Oh. Absorbiert Gesundheit und kritischen Schaden. Oh. 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 Was will denn das Spiel jetzt noch machen, um mich zu töten, wenn ich mich jetzt sogar schon mit meinen Angriffen ganz passiv heilen kann? Cooldown um 80%. What? Also, ich glaube, den Schneeball haben wir gerade gut ans Laufen bekommen. Da ist eine Medusa. Oh. $0. $3. Was haben wir hier? Base Damage 10% Follow Heart So, ist jetzt erst auf Stufe 4 Noch eine Lootbox, bitte Okay, anscheinend War es nur so ein XP-Kristall Okay, anscheinend Also wenn ich noch irgendwas Großes kommt, dürfte das hier der Run sein. Aber 80% kann doch nicht stimmen. So, jetzt können wir nämlich da die Evolution kriegen. Ich bin mal gespannt, was das bringt. Alter! What? So, du siehst nach einem Gegner aus, nach einem Seltener, der eine Lootbox haben könnte. So lange sind wir in die Lootbox aber irgendwie ein bisschen schwach. Oh, jetzt haben wir das Super Holy Water. Die Zonen folgen mir und sie wachsen. Das ist so Bastard gerade. Na, vielen Dank für das T3-Abo. Dann bist du, hast jetzt aber schon 10 Monate. Ich muss vielleicht mal ein paar Badges langsam machen. Wir laufen jetzt im Prinzip einfach nur noch nach links. Und alles, was uns berührt, stirbt. Garlic only. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil du kannst ja keine Sachen ablehnen. Das ist, was ich benant files. Genau das ist, glaube ich, beim chama-gebung. Jochen Blo So, können wir gleich überhaupt noch upgraden? Oder geht Upgrade unbegrenzt und es ist nur halt, die Stufen sind nur wichtig fürs, äh, für die Evolution. Okay, wir können jetzt auch nichts anderes mehr machen. Da bin ich aber gespannt, was die Lootboxen gleich machen. So, es fehlt noch ein Upgrade für die, äh, Gurenlanze und danach bin ich gespannt, was die Lootbox macht. Aber ich glaube, die Evolutionen können wahrscheinlich nicht in den Level-Ups sein, sondern nur in den Lootboxen. Okay, extra Cash. Das sage ich auch nicht Nein zu. So, für die letzten acht Minuten müssen wir jetzt hiermit klarkommen. Aber was passiert denn dann, wenn ich jetzt noch level? Der Charakter hat ja keine Effekte, die mit Level skalieren. Und die, die welche hatten, hatten ja auch alle einen Cap. Nur noch Geld. Ja gut, Geld kann ich auch brauchen. Ich kann damit. Ich kann damit die Lootbox Animation irgendwie abbrechen. Okay, habe ich noch nicht rausgefunden, wie. 25. 25. Wow, das ist extrem lame. Muss ich mich überhaupt noch bewegen? Ich meine, mit dem Uhrenlaser kann sich mir eh nichts nähern, ohne eingefroren zu werden. Okay, irgendwelche Tasten habe ich gerade gedrückt und das hat funktioniert. Mit rechts, ich spiele mit Controller. Okay. Na wenigstens können wir ein bisschen XP-Farmen, aber... Okay, längere Runs bringen, glaube ich, auch ab diesem Punkt nicht mehr wirklich was. Ich meine, gut, ich weiß nicht, wie das Endgame des Spiels aussieht. Ich meine, es gibt ja noch dieses Upgrade, was die Gegner stärker macht. Aber ohne das sind wir hier gerade ziemlich unverwundbar. Ich lege jetzt den Controller einfach mal hin. So, die Hexe. Aber selbst sie wird ja eingefroren. Einfrieren, Knockback. Entschuldigung. Der Blick. Weil ich nicht dir. Ich bin nicht. 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 So, die Lootbox. So viel Zeit muss sein. Okay, B muss man drücken. So, die Lootbox. Ich finde es so ein bisschen erstaunlich, dass wir jetzt Level 2 durch haben, bevor wir Level 1 durch geschafft haben. Oh, könnte es sein, dass es so weit ist, dass wir uns ein bisschen bewegen müssen, wenn die großen Gegner kommen. Ich glaube, jetzt versucht das Spiel gerade mich zu töten. David 2 ist einfach Easy Mode. Okay, jetzt wird es langsam aber wirklich eng und ich kann aber auch nichts wirklich machen eigentlich. Ja, ist ja gut. Okay, super Lootbox mit super viel Geld. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe jetzt echt gedacht, dass wir vielleicht nochmal eine Evolution kriegen können in den Superthruhen, aber es scheint nicht. Spiel! Jetzt werde ich ja noch mit Level-Ups überschüttet. Okay, so wie uns aber gerade die Level-Ups auch nachgeschmissen werden. Eine Minute auf der Uhr. Okay, so wie wir das? 15 Sekunden. Oh, es wird eng. Eins. Okay, ein Boss. Jetzt will es der Sensenmann höchstpersönlich richten. Okay. Kann man ihn töten? Das muss doch gehen, oder? Das ist doch 100 pro Achievement, dass man den irgendwie schießen kann. Okay, einfach mal 11 Achievements auf einmal. Genau, die Hexe ist ein Achievement. Oh, jede Menge neues Zeug freigeschaltet. Oh, okay. Also, das ist schon extrem krass. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 10.000. Okay, hier ist die Collection, aber die ist noch nicht besonders voll. Okay, aber das reicht auch für heute. Ich danke für's dabei sein. Wir sehen uns dann am Samstag. Ich bin mal gespannt, was ich am Samstag streame. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. war. Untertitelung des ZDF, 2020